Im eigenen mentalen Ursprung zu leben, ist von essentieller Wichtigkeit. Es ist nun mal wichtig zu begreifen, dass man sich für Frauen nicht verbiegen muss. Die meisten Männer achten in einem ungesunden Maße darauf, was eine Frau will und passen sich dem an, um ihr zu gefallen. Die denken sich, wenn ich das mache, was sie will, dann wird es ihr gefallen und als Resultat wird sie gefallen an mir finden. Wir hier, wir folgen einem gänzlich anderen Paradigma. Was ich mir für jeden Mann wünsche, ist im eigenen mentalen Ursprung zu leben. Männer haben primär zielorientiert nach dem zu streben, was ihnen gefällt und was ihnen Spaß macht. Das kommt ihr ohnehin zugute, denn Frauen begehren Männer, die ihr eigenes Ding durchziehen. Du musst dafür nicht ihre Hobbys zu deinen Hobbys machen. Du musst auch auf keinste Weise zusätzlich investieren, mit Zeit und Geld, nur um ihr gefallen zu wollen. Wenn, dann machst du es, weil du es willst, ohne einen versteckten Vertrag dahinter. Ich wäre damit aber trotzdem vorsichtig, damit schiebst du den Regler jedes Mal mehr in Richtung Versorger. Ein Alpha hat was von beidem, Alpha-Eigenschaften und auch Versorger-Eigenschaften. Was machst du durch Investitionen, mit Zeit und Geld, du sorgst für Komfort. Jeder Mann würde gerne von Frauen begehrt werden. Wer das verleugnet, der verleugnet seine eigene Sexualität. Ich gehe beispielsweise ins Fitnessstudio, ich bin voll auf mich selbst fokussiert. Ich gehe nach jeder verdammten Trainingseinheit wieder an meine Grenzen. Ich liebe es. Andererseits finde ich es aber auch gut, dass Frauen auf einem stabilen Körper stehen. Ich mag diese Win-Win-Situation. Darauf basiert übrigens die Hypergamie der Frau. So gut wie alles, was uns leichter fällt als Frauen, finden Frauen naturbedingt nun mal attraktiv, weil wir ein Kompliment bilden. Deshalb ist der Ansatz, etwas tun zu müssen, um ihr zu gefallen, auch falsch. Mein Schreiben soll deine Haut nicht retten! Die meisten Männer, die keine Option haben, sind gierig. Frauen können diese Verzweiflung förmlich riechen. Sie sind auf kommunikativer Ebene, Mimik, Gestik, Körpersprache, viel besser abgestimmt, als wir Männer es im Default sind. Im Laufe der menschlichen Evolution waren diese Eigenschaften für Frauen überlebenswichtig. Während wir Männer uns nun mal körperlich durchsetzen konnten. Es ist, wie es ist. Frauen können binnen kurzer Zeit einen kongruenten Mann von einem unterscheiden, der so tut, als ob. Ich unterscheide da ganz gerne in drei Stufen. Es gibt fehlkonditionierte Männer. Die passen sich dem Frame der Frau an. Das wirkt extrem unattraktiv. Dann gibt es Männer, die verstellen sich und geben sich für jemanden aus, der sie eigentlich gar nicht sind. Wird langfristig auch nicht klappen. Du wirst durchschaut. Du wirkst ebenfalls unattraktiv. Irgendwie muss ich euch in meinen Videos ja vermitteln, wie rationale Männer sich verhalten. Ihr müsst es einfleichen. Deshalb sage ich ja des Öfteren, was ich hier vermittle, ist ein Lebensstil. Im eigenen mentalen Ursprung zu leben, ist von essentieller Wichtigkeit. Solange deine Mentalität hier oben nicht stimmt, wirst du die dritte Stufe auch nicht erreichen. Es ist nun mal wichtig zu begreifen, dass man sich für Frauen nicht verbiegen muss. Frauen lieben unabhängige Männer, die ihr eigenes Ding durchziehen, aber es muss auch legitim sein. Du musst es ausleben und nicht nur so tun, als ob. Ist das klar? Zu Befehl Drill Sergeant! Wie gesagt, das ist viel wichtiger als dein Erscheinungsbild oder dein Geld. Nehmen wir einfach mal einen Hakan von McFit, der siebenmal die Woche ins Gym geht. Vollgepumpt mit Testosteron, muskulös, tiefe Stimme. Viele Frauen würden sich nach seinem äußeren Erscheinungsbild wundlecken. Aber jetzt stell dir doch mal vor, er datet gerade und gibt dann sowas von sich wie Ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben. Ich fühle mich in letzter Zeit so einsam. Gott sei Dank habe ich dich getroffen. Du erfüllst mich. Ekelhaft wird ihre Biologie sich denken. Während sie die Validierung vielleicht sogar gerne mitnimmt. Das war nur ein Beispiel. Ich wollte eigentlich hier vermitteln, dass viele Optionen dich nicht zum Mann machen. Kommen wir mal zu der wichtigen Frage. Wie gehst du mit deinem Durst denn jetzt um? Es gibt beispielsweise Knechte, die gehen auf die Straße, um ganz viele Frauen anzusprechen. Das Problem dabei ist, wie gesagt, dass Frauen deinen Durst regelrecht riechen können. Eine Sache machen die jedoch richtig, die akzeptieren, dass sie Frauen begehren. Die zweite falsche Herangehensweise basiert genau darauf, zu verleugnen, dass du Frauen begehrst. Das machen viele Redpiller auch falsch. Teilweise stecken die Monate und Jahre lang in der Redpill-Rage. Die können sich gar nicht mehr öffnen. Du musst da eben darauf achten, dass es nicht in die Extreme geht, egal in welche Richtung. Du hast deinen Durst zu akzeptieren, nicht zu unterdrücken, was aber auch nicht heißt, dass du simpen solltest. Auch die Männer, die Optionen haben und es ausleben, werden den Durst niemals vollständig los. Ich bin auch durstig. Wir haben nun mal extrem hohe Testosteronwerte als Männer. Wir lernen jedoch viel besser damit umzugehen. Ein Mann, der begehrt wird von vielen Frauen, der wird sich denken, die eine hier will mich nicht? Ist mir doch egal, es kommen ohnehin noch ganz viele nach ihr, die mich wollen. Ich werde mir am Ende des Tages acht junge Damen aussuchen, die in den Genuss kommen. Aber der, der diese Option nicht hat und abgewiesen wird, bei dem wird die Durstigkeit durch die Decke schießen. Da muss man sich kontrollieren lernen. Stell dir mal vor, du bist gerade beim zweiten Date mit einer Frau und sie ist einfach sehr attraktiv. Während du gerade kurz im Gedanken bist und sie anstarrst, wird sie dieses authentische Interesse auch aufnehmen. Wenn du es nicht übertreibst, wird es ihr gefallen. Jemand, der sexuelles Interesse verleugnet, der wird es einer Frau auch nicht vermitteln. Wenn du dir also denkst, ich will sie nicht merken lassen, dass ich sie sexuell begehre, dann wird sie das auch so auffassen. Wie gesagt, Frauen sind auf kommunikativer Ebene sehr stark aufgestellt. Jemand, der seine Triebe nicht im Griff hat, der wird sie auch vergraulen. Und ja, es gibt fortgeschrittene Strategien. Ich vermittle ja in einigen meiner Videos, dass ich Frauen im Unklaren bezüglich meiner Gefühle zu ihnen lasse, beim ersten Date, um zu gucken, wie sie darauf klarkommt, ohne Aufmerksamkeit. Das würde ich als durstigen Anfänger aber nicht anwenden. Sammle erstmal ein bisschen Erfahrung. Akzeptanz und Kontrolle sind wichtig. Ja, du willst sie knallen. So funktioniert deine Biologie nun mal. Was willst du machen? Du willst aber auch wissen, ob sie es überhaupt wert ist. Du willst wissen, ob ihre innere Schönheit, ihre äußeren Schönheit entspricht. Ist das wahr? Auch wenn wir eigentlich nur Augentiere sind, durch dieses Mindset kriegst du dich trotzdem in den Griff. Besetze ein paar Standards, an die du dich unbedingt hältst. Auf diese Weise wirkst du einerseits authentisch, aber andererseits eben auch nicht durstig. Je mehr Erfahrungen du dann mit Frauen sammelst, desto einfacher wirst du dich mit der Zeit auch zu kontrollieren wissen. Dann kannst du auch fortgeschrittene Strategien anwenden. Dann kannst du sie auch mal im Unklaren bezüglich deine Gefühle zu ihr lassen. Und dann ändert sich dieses ganze Spiel. Fakt ist nun mal, dass Frauen im Default Shit testen. Ich bringe euch das ja hier bei. Frauen können das ganz unterbewusst. Zum Thema Dating in der Kennenlernphase habe ich mal ein Video erstellt, wo ich auf die Top 10 Fangfragen eingegangen bin, die Frauen gerne stellen, um Männer zu testen. Würde ich dir an dieser Stelle hier mal empfehlen. Hei! 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 Untertitelung des ZDF, 2020